Benni? Benni, wo bist du? Ey, ohne Scheiß, seit einer Woche ungefähr, verschwindet der Benni morgens und ist nicht auffindbar und ich habe keine Ahnung, wo der Kerl sich rumtreibt. Und deswegen muss ich dauernd durch die Halle rennen und den Typen suchen. Äh, Benni? Was zur Hölle machst du da? Ich teste. Und was testest du? Harte Arbeit gebaut.